Seit fast 35 Jahren stehen die Toten Hosen rund um Frontman Campino auf der Bühne. Doch selbst mehrere Preise und viele, viele Fernsehauftritte später sind die Toten Hosen immer noch genauso viel Punk, Energie, Lebensfreude und genauso laut und aussagekräftig wie zu Stunde 1. Anfang Mai veröffentlicht die Band ihr 17. Studioalbum und am Montag starten sie ihre Laune der Natur Tour in Magdeburg. Die Altpunker ziehen die ca. 6000 Fans von der ersten Minute an in ihren Bann und verwandeln die Halle in eine brodelnde Masse. Am kommenden Montag treten die Toten Hosen dann in Wien beim Rock in Vienna Festival auf. Am kommenden Montaginy Vielen Dank.